Hygiene im Auto geht uns alle an. Wir haben manchmal die Tendenz dazu, eigentlich zu reagieren, wenn es schon zu spät ist. Also wenn es im Auto stinkt, dann reagieren wir. Wir müssen allerdings voreilend quasi uns den Empfehlungen der VDI-Richtlinie 6032 dann auch widmen. Das heißt, einen Filterwechsel mindestens jährlich durchführen und eine Klimaanlagenreinigung. Idealerweise auch als Empfehlung in der Richtlinie sogar alle sechs Monate. Das geht uns alle an, weil wir eine ganze Menge Zeit im Jahr im Auto verbringen. Und da wollen wir ja natürlich gesundheitlich zuträglich in Luft einatmen und nicht irgendwas, was schon Bakterien, Sporen oder wie auch immer und Viren belastet ist.